Da ist ja schon, ach ey, komm mach mal da, mach dir, baue so nen Plankler, was haben wir noch? Okay, aber nur an der Front, oder? Oh! Ah komm, ist egal, lass den ein mit seinen blöden Steinen von mir aus durch. Kann ich den jetzt da reinpacken, in diesen Turm, das geht nicht, ne? Okay, aber meine Maul ist fertig. So, dann ist er erstmal safe, die Türme, die wären ja auch ab. Dankeschön. Bitfier, oh So, ein Goldhauer Jetzt können wir anfangen hier, ne So, was ist eigentlich jetzt noch mein Ziel? So, eine Waffenschmiede zu bauen Ach, die Waffenschmiede selber haben wir ja noch gar nicht Wir haben nur die normale Schmiede gebaut Trotzdem hier, die sind alle hochgelevelt Und die Frage ist, was sind die besten Einheiten? Langschwertkämpfer, finde ich schon gut Ach, da, Angriffsstärke 4 Angriffsstärkung, Rüstung Reichweite 0 Da sind die ja sinnvoller, ne Sechs Stück Für ne halbe Einheit und, äh, nebenbei Brauche ich noch einen Dorfbewohner Der haben wir, warte, steht noch einer rum Ach, das ist auch noch ein Dorfbewohner Ey, hier laufen immer wieder Leute durch, ne Wir bauen jetzt hier oben ein Tor, Mann Das geht mir auf den Sack So richtig Tor bauen So, da sollen ja keine Fremden mehr jetzt einfach hier durchlaufen Das geht nicht So geht das nicht weiter Oh, warte Nein, 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 nein Ich weiß Da bricht es da an der Stelle gerade ab, ne Aber egal Nein Falsche Option Mauer So, er wird es ja nach und nach dann fertig bauen Jetzt ist nur die Frage Okay, das funktioniert erstmal soweit Oh, jetzt laufen die schon los, ne Hab ich vielleicht Oh, ich hab das Teil verstellt von denen Nein, das ist ja doof Ja, los, ran da Oh, no Ist das dann schon meine komplette Einheit? Ja, sehr gut, Leute Das sind aber nur Ach, fünf Da ist der sechste Alles klar Mal sehen Ich hab die anderen jetzt Müssen mal gucken, ob ich noch mehr aus Versehen verstellt habe Ich hab mich schon gewundert, warum die immer da runtergelaufen sind Hier vorhin Da ist sogar noch einer drin Armbrustschütze Den können wir mal hier oben hinpacken Da würde ich nämlich direkt noch ein paar mehr machen Fünf Dann haben wir da auch sechs So, ihr seid Hier auf Passive Haltung, ne Und Stafelformation Sehr gut So, jetzt das Problem mit den Steinen Wir hatten hier unten Da ist noch Gold Hätten wir noch Irgendwo in der Nähe Zusetzt Boah Wobei, wartet mal Ich nehm euch drei mit Und Ihr baut einfach ein Bergarbeiterlager hier hin Und dann wird das da gelootet Das ist so ein Plan, oder? Boop Boop So, dann haben wir ihn noch Und der soll jetzt die Waffenschmiede bauen Halt, so, genau Militärgebäude Stall Waffenschmiede Gleich daneben Ich weiß auch nicht Das Würde ich halt viel zentraler bauen, ne Alles Was Militärsachen sind So, du kommst nicht rein Du Kloppi Los, über die Mauer drüber Den Krieg dir Geil Ja, du brauchst, du brauchst In ihrer neuen Waffenschmiede Können sie nun Ramböcke herstellen Ramböcke sind zwar langsam Halten jedoch An einem Pfeilhaggel stand Und sind besonders gut dafür geeignet Wille niederzureißen Sie brauchen wohl ein paar mehr Ramböcke Um die englische Burg anzureißen Wow Na, aber nicht in diese Richtung Ich dachte aber, dass das mal anders zu drehen geht Äh, äh, Skorpion Mange Was? Mange Rambok Nehmen wir erstmal vier mit So Wozu habe ich denn den Dorfbewohner noch gebaut? Ja, das ist eine gute Frage, ne Gold Gold sieht aber gut aus Äh, ne, Gold sieht blöd aus Das ist ja mein Gold Nahrung sieht gut aus Holz, alter, Holz Muss ich gucken, ne Dann helf mal lieber Hier der Holzmannschaft Gold und Nahrung ist echt okay jetzt Es ist okay Die Türme, die passen sowas von nicht da rein Es sind aber die falschen So, aber was ich jetzt checken wollte ist Meine Boote Ob die jetzt hier noch Ich finde eins könnte ruhig mal hier rausschwimmen Und gucken, ob es da nicht was in der Nähe gibt Die gehen wahrscheinlich hier am Ufer lang, ne Bis irgendwo da unten hin Ah, das ist der Käse Oh mein Gott Ey, das sind Verbündete vielleicht Krass, die haben voll die Armee Übelste Flotte Und die helfen nicht Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, ne Ob die So Ich sag's doch Ob wir vielleicht ein Handels Ein Handelsschiff bauen Ein Handelsgogge Ich glaube, das ist eine gute Idee Oh mein Gott, warte du Ah, der ist eh voll, ne Nein, warte mal Wer soll das nehmen Du nimmst das So, ein bisschen verteilt So, ihr seid zugange hier unten, sehr schön Aber echt Gold ist so das Problem Und das darf man nicht unterschätzen hier Die muss man dann auch weiter essen Äh Halt Geht das nicht mehr? Nicht genug Holz dafür Äh Na dann helft doch mal So nicht Holzvorrat ist echt mega schlecht Warte mal Kann ich hier was kaufen? Das war's, wenn nicht Versteh ich nicht So, meine Lieben Ich denke, mit Nahrung Kommen wir jetzt zurecht Wenn die Fische hier gut abgehen Oh, die sind an der Mauer dran Ach nee, hier Okay, das ist easy Das sag ich doch So, wo haben wir das Handelsschiff Wir müssen den Hafen von den Dem Verbündeten Oder möglichen Verbündeten finden Was sieht denn bei Äh, Diplomatie Ach, das ist der Wallace Jawohl Alter, haben die ein großes Schiff hier Ah, ich glaub, die haben hier keine Kein Stein Kein Stützpunkt, ne Die warten eben mit ihren Schiffen Bis ich meine Burg gebaut hab Ist schade eigentlich Das war jetzt so blöd Also hätte ich nicht bauen brauchen Versteh ich nicht, warum das Holzding hier so Das kann man ja auch noch Ach, richtig gut Was soll man denn da noch Stadtwache entwickeln Sichtweite aller Gebäude auch gut So, wir machen mal davon noch so zwei Und Die schicken wir jetzt trotzdem schon mal hier Vielleicht greifen sie erstmal den Turm an Halt Mit vier Ich dachte, ihr habt Bogen Mit vier Was ist denn hier? Hey, was willst denn du da? Oh, das Gold ist bald da durch Dann bau bitte Bergarbeiterlager Bei diesem Goldvorkommen Genauso schöne Reihen Das passt doch perfekt Nein, du Oh, mein Gott Was will die denn hier? Kopf, verpies dich, ey Nehmen wir hier Zwei Louis weg Die das hier unten machen Da hinten meine ich Rabounier Ja, ihr solltet eigentlich noch nicht da reingehen Ne Ah, die sind echt langsam die Teile Nein, ihr solltet Geht doch mal da raus, ey Der schießt doch da die ganze Zeit auf euch Merkt ihr das nicht? Wie dumm die sind, ne? Ich sehe nicht, dass die Teile überhaupt irgendwas sinnvolles machen Stopp Aggressive Haltung Aggressive Haltung Aggressive Haltung Und der auch Aggressiv, Digger Die stehen aber Man kennt halt keine Sequenz da draus Irgendwie, ne? So, ich gehe mal auf diesen blöden Wachturm Da kann ich eigentlich die Burg bauen Und ihr könnt mit angreifen Ihr dürft jetzt Ich guck mal Die Burg Die Burg Nein, das war bei denen hier Boah, die muss man aber richtig gut verstecken Hier hinten Aber eigentlich auch Naja, ich lasse es mal so Das ist doch ganz okay Genau, ihr macht hier Stück für Stück Mauerkoppel Eigentlich ist es Quatsch Die Mauer hier mit einzureißen Weil die ja noch so ein bisschen Ja Die Truppen von denen umlenkt, ne? Okay, doch Erstmal auf das Was sich verteidigen kann Und du machst den Rest weg Das ist schon eine gute Idee Oder weiß gar nicht, wo er lang Gehen soll, da heben Ach krass doch Jetzt sieht man es hier von der Seite Bam Das ist ein Fischer Okay, wir müssen auch nochmal ein bisschen Für ein Backup sorgen Hier Helf mal bei der Burg Okay, warte Zack Zack Oh, da Budje, Budje Sechs Und dann Und hier auch nochmal Nicht genug Geld Hast euch So, ab aus dem Gebäude jetzt hier Und ihr müsst da Ah, da müsst ihr bewachen hier auf jeden Fall Eine Einheit Das schleichen die sich hier dran vorbei Toll Sie haben die Burg fertiggestellt Sir William wird bald hier sein Und dann ist es an der Zeit Die Engeln da anzugreifen Jo Wallis ist eingetroffen Jawohl, gucke mal Krass Abıs 로 B Abs Vielen Dank.